sagt mir bitte ob er jetzt sound habt denn ja die grafik ist schon wieder cool abflug krass ok Okay. Huh? Oh. Och nee. Hä? Okay. Warum? Für Spieler mit Bewegungsbla. Standard Einstellung. Ehrlich jetzt? Ich habe alles eingestellt gehabt. Für Spieler, die... Angepasst. Greife auf Komforteinstellungen einzeln zu. Bewegen. Teleportieren. Nein. Antrieb. Bewegen. Links. Rechts. Links. Spieler. Rotation. Rotation an. Rotation aus. Teleport ohne Richtungsanfall. Rotation beim Teleportieren. Äh. Sanfte Rotation. Ach. Sanfte Rotation. Aha. Gut. Also laufen ist schon mal. Anscheinend haben wir aber Rotation noch drin. Ne. Das stellen wir versuch mal noch auszustellen. Ne. Das stellen wir versuch mal noch auszustellen. Ne. Komfort. Angepasst. Klettern. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir anscheinend mit der Drehung leben müssen. Ja. Ich habe jetzt nichts gefunden, dass das sanft da geht. Aber okay. So. Ah. Artikel zu stehlen. Das keiner wollte. Woher sollte ich auch wissen, dass die Einheimischen... die nicht nur jemanden wollte. Ich meine... Wie sollte ich wissen, dass die Lokale kursen sind? Ich weiß nicht alles. Ein bisschen Händler aus der Hand wäre toll. Hm? Was war denn dit? Ah, da ist unser Schiff. Der Windfall. War nicht sie schön, als wir sie erst erst verraten? Was? Was? Okay. Hm? Hm. Hm. Muss ich jetzt hier alle... Muss ich gerne alle durchquatschen, ha? Kommen sie zu, dass wir jetzt hier ein Event haben. Oh! Schau an das! Erinnern Sie den Vinta Harvest Classic? Ich weiß, was ich es auch. Das ist natürlich auch, dass sie den Satz mit noch ein Niemand hast du es geschafft, du warst furchtbar und wir haben haufenweise Kredits verloren aber trotzdem war es ein Erfolg klein, aber wichtig aber tu das bitte nie wieder na den Satz hätten sie auch so beenden können, oder? hey, ich brauche eine Hand mit dem, kannst du mir helfen? ja, los, sag da einfach ein Ton ok ok dreh einfach den Schieber ja, weiß ich doch also du musst sie anfassen und musst den drehen ja aha natürlich der Funk ist defekt wechsel zum Verteidigungssystem das ist natürlich ein bisschen doofer muss ich ehrlich sagen bis wir sie reparieren können wie, nein kannst du doch nicht abschalten also ist ein bisschen ungünstig, oder? klar war dass, äh, der Text immer so ein Teil vom Spiel überdeckt ja, was machst du denn? was ist denn da los? nichts für Lokomotion hier, mein Lieben krass was? was in der Galaxie? was in der Galaxie? das ist unmöglich etwas hat uns aus der Hyperspace und uns in den Atrevis-Sektor wir sind in der Outer Rim jetzt sieht's ab Alter, krass sehr, sehr empfindlich das ist das ist das ist Admiral Karius des Galaktes der die das ist ZOE3 der erste der Windfall Zoe, meine Freunde muss man ein Fehler Admiral der Windfall ist ein schweig was der wird die 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 befinden ja genau übertragbar der imperialen Führung ja genau übertragbar der imperialen Führung was Mustafa? der ist ein Mustafa sehr unangenehm mit gefühl gerade aber okay aber schon krasse gefühl hier drinnen zu stehen nur du ich habe immer ein mieses gefühl bei so weit da haben wir wieder unser alarme lage du hast später gezuckt als das schiff aufgesetzt hat bereiten sie sich auf eine inspektion vor ja wo ist ich habe ihre türen Oh, uh, just, just a moment, sorry, we're happy. Hi. A, a thousand. Don't move, scum. You've caused us considerable inconvenience, smuggler. Smugglers? Who said we were smugglers? Smugglers destroyed. Take them back to the holding cells. Hmm. You're awake. Good. My name is Admiral Karius. In a moment, Darth Vader, Lord of this Monolith, will give you a task, at which you will undoubtedly fail. A word of advice. Do not anger, Vader. I love cleaning the cells. You are not the first candidate to fall under his scrutiny. You may wonder why I have brought you here. You are required to perform. One simple task. I must have a simple task. I must have a simple task. Okay, thank you. Open this configuration and I will spare your life. I will spare you. I will pass up behind you. Let's go. Bye. This is aulus. Now, Isso... I will do. I will do that now. You're out of the blue. And you're out of the blue. I will stay in the blue. natürlich hat sie mich gesucht du wirst nach mir rufen als klar papi ja ja komm her sie trifft uns nicht was hat die fakt geöffnet kallaxi für jemanden was bloodline what are you talking about also please introduce yourself who are you voila master of my uh-huh and why should we trust you do you want to get out of here then listen now that vader's found you he's in reach of enormous power he means Nicht anfassen. Wo hattest du den versteckt? Du musst den Hydro-Spanner an den Zugangsport stecken. Aha. Öh. Gut. Nun? Kannst du sie öffnen? Ja, ist offen. Ach hier. Immer diese Bleche überall. Ah, guck mal. Hä? Die Türsteuerung sollte hinter irgendwelchen Kabeln versteckt sein. Ja, ist sie. So. Es ist sehr, sehr dunkel, wahr? Gleiches Game Over, alles kaputt gemacht. So sieht's aus. Gut, so. Jetzt steckt die... Oh. So. Wo soll ich's jetzt drin stecken? Halt jetzt nicht hier lesen. Ah. Was ist es geschafft, Captain? Danke. Äh. 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 Hier lassen? Jo. Ist das Game für euch genauso dunkel wie für mich? Ja, ja, geht mal, geht. Äh. Ähää. 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 Ach doch, hier. Hä? Den hab ich doch weggeschmissen. Ja, und du? Ach so. Oh, welche Technik hier auf diesem Schiff. Erstmal die Hand... Krass, also wenn so ein Typ vor ihn steht. Hallo? Wir sollten weiter, bevor noch mehr Wachen kommen. Äh, auftauchen. Also steuerungstechnisch hoffe ich, dass Teil 2 und 3 sich noch ein bisschen bewegen, ja? Das ist echt, äh, ermüdend, muss ich ganz ehrlich sagen, die Steuerung. Swarty, ein wunderschönen. Und Dai ebenfalls. Also, erster Durchgang. Ja, Swart, mach ich. Alle drei Teile, so wie wir's schaffen. Oh. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch allen. Oh, ich hab gefangen, sind beflogen. Nimm mal ein Wissens-Totem. Es wird ihr helfen, euch zu finden. Also, nochmal einen schönen Samstagabend, euch. Oh, er musste mir mal die Waffe geben. Oh, jetzt stehe ich hier. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist ja auch blöd, was? Bei dem Game. Also, Bewegung nur, wenn du dich bewegen sollst. Ja? Schlimmer kann es nicht mehr kommen, stimmt's? Ja, die Privatien wie ich ja. Doch. Nee, jetzt kann ich mich bewegen, ja. Wir müssen einen anderen Weg finden, jo. Swart, darf man, kann man irgendwie die... ne, ne, ne weiche Drehung einstellen? Ja, also, es ist ja immer so, diese... Hack, Hack. Die Steuerungsüberbrücken, jo. Es funktioniert. Ich sehe eine Klappe in der Decke. Hä? Nun? Das ist es. Die Klappe öffnet sich. Aha. Okay, es gibt eine Klappe hier. Du siehst eine Klappe? Huh? Ich nehme die Klappe. Ich gehe aus. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Wartet mal, da muss ich jetzt noch mal gucken. Neu zentrieren? Ne, Einstellungen, Lokomotion weg, Komfort, für Spieler, die zu Bewegungskrankheiten neigen. Angepasst. Ne, bewegen, beschleunigt, Beschleunigung abklingen lassen, mindert Bewegungskrankheit. Drüber, ja, Schadensanzeige, Schadensanzeige-Effekt ist sichtbar, jo, Erschütterung erlaubt Kameraschütterung, jo. So, Klettern, haben wir durchgekaut, ist okay, Barrierefrei, Komfort hatten wir auch, den war ja ne, Lokomotion, Bewegung hatten wir durchgekaut, Greife auf Komforteinstellung einen Sinn zu, hä, wird das so blöd sein, oder? Barrierefrei, hier, im Sitzen aus, aus, Modus, 360 Modus, an, da haben wir ihn. Sprache, Untertitel, Deutsch, ah, nur Untertitel, okay, schade, steht hier. Ist ja genauso schlecht. Äh, hm. Lass lieber 180. Come on, Captain, you gotta get out of there. Spieler-Rotation an. Dampfte Kamerarotation. Wo waren das jetzt? Bewege dich mit dem linken Stick, Bewegung, Antrieb. Ach, verdammt, der zeigt das verstellt, jetzt weiß ich nicht mehr wo. War das hier? Ach, hier. Wechsel zwischen den 360 und den 180 Grad Kampf. Ach so, okay. Dann war das das. Na gut, dann lass mal das so. Sanfte Rotation wolltest du noch. Wieso sanft? Hab ich das wieder noch nicht eingestellt? Entschuldigt bitte, meine Lieben. Wo waren das jetzt? Lokomotion. Spieler-Rotation. Teleport ohne Richtungsanpassung. Ne, ändert nischt jetzt. Na gut, lass mal dazu. Das ist mir auch hier eiziger. Also, an. Ändert sich nischt an der Rotation. Bleib mal dabei. Was denn los? Ah, das ist halt das Dumme, wa? Dass du mitlesen musst. Wichtig, wenn du mitlesen kannst, dann krankst du mitlesen. Das tut mir so, dass du mitlesen kannst, wenn du mitlesen kannst. Ist nicht super, was du mitlesen kannst, Ich liebe diese kleinen Roboter. Er sagt, ich hasse die und ich liebe die. Kannst ja einfach zuhören. Navigationssystem Ich glaube, ich kann es aktivieren, aber ich brauche einen Moment. Gib mir Deckung, ja. Aha, Jemini. Jo. Dann werden wir mal unsere ersten Versuche versuchen. Oh. Startet Trainingsprogramm. Stufe Anfänger. Um einen Angriff zu blocken, hältst du dein Lichtschwert still und im rechten Winkel zum Schlag. Nettwissig selber, stelle die Sequenz nach dem Hologramm zeigt, um die Angriffe zu blocken. Hä? Ja. Ja, willst du nicht jetzt machen mit mir? Ausreichen. Wenn du den Schläger geblockt hast, wird der Gegner verbundbar sein. Ja, Kombination. Waaat? Du musst eine andere Angelegenheit für jeden Schlag. Jetzt Schlag, nachdem du diese Angelegenheiten blockierst. Probierst du dein eigenes. Captain! Who knew you were an Ace-Lite? Exa! Exa! es ist einfach mal Na, Dojo, mal gucken. Das werd ich mir bestimmt separat mal angucken. Cool werd natürlich, wenn man das alles... Mach dich Kampfbereit! Oh! Ah, so, okay. Komm schon! Keine Zeit zum Feiern. Okay. Achso, das ist vorbestimmt, dass der auf der Seite ist. Okay. Krass. Das wär natürlich cool, wenn man so was auch in Koop spielen könnte, wa? Also gerade so was hier, das Star Wars. Tolle Neuigkeiten für mich. Na ja, denn? Kein Geunsch dafür. Oh. Nee, 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 nee. Boah. Boah. Alter. Oh. Danke, mein Freund. Äh, was soll denn dit immer zu? Äh. Ne schwarze... Ne schwarze... Okay, wir holen dit jetzt nichs Wort, ja? Okay. Du meinst jetzt vor ne Stimme her, ja? Hahaha. Toll. Zu viel Filme guckt's vor di, oder wat? Hahaha. 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 My. Tá. Same. Just... Scheunsch... Ne duh... ... Ne. Na, was ist denn los hier? Ach, ich muss hoch, oder was? Nee. Muss ich nach oben? Nee, ich muss ja an der Seite vorbei, oder? Nee, warte mal kurz. Seid nicht mal gleich so nervös. Ach, warte mal. Ah, okay. Okay. Null. Denk nach, Micha. Denk nach. Dein Gehirn. Und du glaubst, die Eon-Engine ist in deinem Graspen? Ich habe keine Gefahr. Du hast dann einen Descendant von Lady Korvax gefunden. Einer der letzten, die sie sehen. Unlike den anderen, dieser hat die Artifakt aktiviert. Korvax? Ist das, was Violet bedeutet über deine Blutlinie? Er wird wohl. Geh, hier. Mit den Kandidaten, du kannst du die Frau Korvax-Sentum unlocken. Lass mich raten, er hat mich schon längst gemerkt. Drei. 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 Du, für was wurdest du überhaupt programmiert? Ganz ehrlich. Eben sollte ich mich nur umdrehen, jetzt soll ich mich hier... Also das, dass ständig diese blaue Bild kommt, wo du dich hinzudrehen hast, ja, das nervt ja ein bisschen. Schön, dass du das aufgenommen hast. Nein. Nein. Schau dir diesen Ort an, sieht aus wie würden imperialen Truppen etwas ausgraben. Okay, okay. Wir haben die Kavern. Wie werden wir die Priester finden? Oh, oh, da ist ein Skiff! Erstes Wort, nie! Sag nie! Alles klar. Und ich hab ein Problem oder was? Ich glaube, ich kann dieses Ding einfach heißen. Komm her und schau mich. Eindringlinger auf dem Ausgrabungsdeck, wat? Ein Name. Guck! 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 Ich hab ihn mit! Guck! 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 der soli schlägt es er ist da versteckt den dahinter kriegt man überhaupt nichts vor überhaupt hätte ich nicht gedacht Oh, unglaublich. Das sieht aus wie ein geheimnis. Diese Ruins sind definitiv pre-Republik. Zumindest 2,000 Sekunden Jahre alt. Das ist das die Imperierer auszusehen. Ich wundere, was Veder nachher ist? Krass. Sehr, sehr krass. Auf jeden Fall das Wort. Auf jeden Fall. Oh, das muss hier sein. Der Mann sieht aus dem Willkommission. Ich hoffe, dieser Priester kommt. Alles klar? Alles klar. Hey, der Totem schlägt. Der verrückte Mann sagt, du bist ein Descendant von Frau Korvax. Oh, so würde das wohl sein, wenn er das sagt, wa? Das muss sie sein. Ja, es blendet mehr, als dass es Licht gibt, wa? Ja, hier kann ich weiterhin. Ach, hier. Hä? Wir sollten dir dies geben. Wir sollten dir dies geben. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das, was wir tun. Das leben, wenn ich in Frieden mit meinen Leuten leben. Das ist ja nicht so. 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 Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Mund auch mal zumache. Sie hat den E.O.N.E.D., eine schreckliche Maschine zu machen. Oh, kuss. Sie hat unsere Welt zu den Wastelanden, die Sie jetzt sehen. Die Lichter Star ist hinter uns, irgendwo in der Frau Kovak-Sanktum. Veda hat die einzige Schlüssel. Aber er braucht eine Schreckliche Maschine von der Frau Kovak-Sanktum. Veda ist hier. Okay. Okay. Ja. Ja. Our future. Tja. Du wurdest vom Schicksal aus erwähnt, logisch. Lustig, na klar. Was macht er denn hier? Nicht hauen. Mir bleibt ja wohl nichts anderes übrig, wa? Not wirklich. Wir müssen das. In die Gehebäge nicht diese Luftgeistung schauen. Aber wir müssen sie so darauf halten. IN die Gehebäge nicht. In die Gehebäge nicht diegose Absichtung, oder? Inder man. Das ist hier, die Dämonen. Oderst du sein? Du gehst mir in die Gehebäge nicht. Und in die Gehebäge nicht. Oderst du being, dass du dich nicht ist. Hat der eh ne Fatz gewartet jetzt? Warum kann ich mich denn nicht bewegen hier? Ist ja total nervig, du kannst dich nur an einer Stelle drehen. Das war's. Objektiv. Posch độ Pref. Objektiv. 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 Das war's für heute. Oh! Alter, als sind jetzt im Fahrstuhl. Oh! 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 Alter, du hast mir mein Schwert weggenommen, was sollen denn das? Nee, überlieg aber nicht. Respekt.